So, wir haben heute hier ein 500 Euro Mystery Box von Saturn, die wir öffnen und einfach mal so ins Blau hinein gekauft und mal schauen, wie das so aussieht, weil sieht auf jeden Fall nicht so groß aus für 500 Euro, also ich bin echt mal gespannt, was da drin ist und ja, let's go! Da ist es, das ist es und das liegt direkt hier neben mir, neben dem Stuhl. Ich bin gespannt. Nochmal wichtig für alle, das ist nicht gesponsert von Saturn oder so, das habe ich aus eigener Tasche 500 Euro bezahlt, ohne irgendwie gesponsert zu werden von irgendwem. Also, ich bin leider noch kein großer Streamer, der sowas einfach zugeschickt kriegt und dann hier das öffnen darf. Ich bezahle das noch selber. Lotus Herzchen. Ja, dann komm rüber. Ja, dann komm rüber und du gibst es mir raus. Ich habe nicht hingeguckt. Dann reicht sie es mir rüber und sieht alles schon als allererstes quasi. Angst. Oh Gott, oh Gott, ich habe reingeguckt. Ich habe reingeguckt, oh Gott. Hört man sie ja, ne? Ich glaube, man hört sie, ne? Sabrina im knappen Kleid als Glücksfee, fühle ich. Dann gib mir mal das Erste, dann gib mir mal das Erste. Was ist das? Was ist das? Ein Sanitätsanschlussrohr. Oh mein Gott. Ey, das... Was? Was? Was soll ich mit dem Anschlussrohr? Oh mein Gott. Kann man immer brauchen. Scheiß, die Wand an. Pack's dir mal an die Seite. Ein Filter? Ein Luftfilter für einen Philips. Den habe ich aber nicht. Den habe ich nicht. Den kann ich nicht benutzen. Philips Luftfilter für Air-Humidifiers. E-Wafer-Ticken. Also ich sehe da noch keine 500 Euro. Ich sehe da noch nicht mal... Hier ist sogar eine... Ja, ja. Komm, mach weiter. Ich brauche noch irgendetwas Gutes. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Irgendein Adapter aus Dänemark... Der 3,97 Euro kostet. Warte mal, können wir hier... Warte mal. Vielleicht kann ich das doch hier besser zeigen. Weil das Licht ist da richtig scheiße... Bei der Ancamp. Muss ich nur mal kurz das hier bepacken. Mich am Arsch, ey. Vielleicht kommst du auf 50 Euro, wenn es so weitergeht. Das sind so kleine Sachen. Was ist das? Ey, 99 Cent... Spielzeug. Da steht 99 Cent drauf. Ey, ohne Scheiß. Die haben mir die falsche Kiste geschickt, oder? Das ist doch niemals Warenwert. Das soll Warenwert von 1000 Euro sein. Verdoppelt. Stand da drauf. Wir haben hier Wert von... Noch nicht mal 50 Euro. Hä? Fotopapier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das sind... Das sind... DVD-Rohlinge. Das sind DVD-Rohlinge. Hä? Alter. Nee, aber da scheiße ich die richtig an. Wenn da jetzt nicht noch richtig der Knaller kommt, doch. Geht so... Eine Logitech-Webcam. Ich habe eine bessere da oben von Logitech, meine Zweitcam. Ey, wir haben noch eine Webcam. Die können wir gebrauchen. Dann können wir noch eine dritte hierhin machen. Was lernen wir da drauf? Was lernen wir da drauf? War es das jetzt schon? Nein. Für 10 Euro... Ey, wieso ist denn... Ich habe da... Ich brauche da Licht in der Mitte doch noch. Ihr könnt das sonst nicht sehen. Runde-Cam. Das ist, äh... So ein, äh... Für Bildschirm sauber machen. Für 10 Euro. Die haben den letzten Schrott da reingepackt. Ist das das letzte? Nein. Aber es ist definitiv das Highlight. Eine Batterie. Eine CR1616 3 Volt Batterie. Lithium. Original verpackt. Ey, das ist doch... Ich habe da ganz andere Sachen drin erwartet, ne? Ich habe da... Ey, wirklich. Ich bin richtig sauer gerade. Ne, fucking Glühbirne. Ne, scheiß Glühbirne. Okay, es ist eine Philips U, aber es ist... Ne, es ist keine U. Es ist eine ganz normale fucking Glühbirne. Da kommt noch was. Ja, wenn da nicht noch was kommt, dann haben wir ein Problem, ne? Oh, das ist auch schwer. Eine Docking Station... Warte mal, ich muss mal hier aufräumen. Eine Docking Station... Fürs Microsoft Surface. Oder? Das ist eine Docking Station, ne? Oh, 209 Euro. 209 Euro für eine fucking Docking Station? Oder ist das das Surface? Ne, ist eine Docking Station. Es stand wirklich ohne Scheiß... Ich gucke jetzt nochmal. Ich verarsche euch nicht. Es stand da drin... Warte, bevor wir weitermachen. Ich bin sauer. Gebt ihr 20, wenn die USB-C hat. Habt das Surface Pro. So, Rohlhäuser, wir werden uns nochmal in Kontakt halten. Einzelheiten zum Kauf. Da stand tatsächlich drin... Der Inhalt wird erst nach der Versteigung festgelegt. Der Wert der Box übersteigt den Preis um das Doppelte. Also sollen da 1000 Euro drin sein. Steht hier. Der Wert der Box übersteigt den Preis um das Doppelte. Ich hab 500 Euro bezahlt. Es steht da so drin. Es steht da wortwörtlich so drin. Also entweder haben die mich richtig gescammt, haben mir die falsche Box geschickt. Noch eine Batterie. Leck mich am Arsch. Screen Protector für das Galaxy Tab S7. Das S7 hab ich sogar, glaube ich. Aber ich hab halt schon ne... Samsung Galaxy S21 Handyhülle. Kalsche Box. Samsung Galaxy S21 Handyhülle. Ein WLAN Verstärker kommt vor. Verstärken sie ihr WLAN von Devolo. Keine Ahnung, wie teuer so ein Ding ist. Ich war schon mal im Betrieb. Ist da ein Sticker drauf? Scheint ja gut gewesen zu sein. Braucht man immer. Schickt mal Link von der Verkaufsseite. Ein Playstation 5 Spiel. Endlich mal was, was wir benutzen können. Aber ist halt ein Scheißspiel, ne? W-E-C-10. Ne, W-R-C-10. Ein Rennspiel. Naja, immerhin mal was, was wir benutzen können, ne? Wo ist das schwer? Eine TV-Halterung. Ich hab mir gewünscht, dass ein Fernseher da drin ist. Eine TV-Halterung. Na, die kann ich sogar gebrauchen, tatsächlich. W-C-10, genau. W-C-10. Warte mal. Ist es noch viel, oder war es das fast? PC-5-Chat. PC-5-Chat. Das ist ein Billigteil, oder? 20 Euro das Spiel. Ist der letzte Rand, ist geil. Wie viel noch? Wir machen die andere Box auch noch auf für 150 Euro. Oh, scheiße. Ich bin sauer, wirklich, ich bin sauer. Was ist das denn, ey? Genau die gleiche habe ich schon. Genau die gleiche habe ich schon. Fotografiertasche. Das kann man so scheiße sehen, ne? Fotografiertasche. Kamerabag. 10 bis 20, das ist doch, das ist doch beschiss. Da haben wir richtig, also da haben wir richtig ein Galaxy Tab A Hülle. Das ist doch niemals, das ist doch niemals 1000 Euro wert, was wir hier haben. Das ist noch nicht mal 500 wert. Okay, hier ist schon mal ein bisschen was Besseres. Können wir gleich für Walsam benutzen. Logitech G90, ne, G903 Gamer Maus. Kabellos. Kabellose Gaming Maus. Keine Ahnung, was die wert ist. Wenn wenigstens ne Cam, ja, ich hab... Vorletzte. Vorletzte, vorletzte, vorletzte. Oh, das ist schwer. 80 Euro, okay. Ein Streaming-Mikrofon, als wenn sie gewusst hätten. Ein Streaming-Mikrofon von... Ich kenn diese Firma nicht, Epos. Ein Streaming-Mikrofon von Epos. Monsterteil. So, und jetzt muss bitte das iPhone kommen oder irgendwas anderes vergleichbares. 100, okay. Oh, ist das schwer. Ein Notebook. Von der Firma, die ich nicht kenne. Ein Notebook. Notebook Classic. C-150. Okay. Okay. Switch-Stata-Set. 280. Er hat nochmal den... Aber das ist trotzdem keine 1000 wert, ne? 280 kostet das Notebook. 300 bis 450, sagt Centax. Ja, viel machen kannst du damit wahrscheinlich nicht, ne? Mit der Kiste. Ist aber jetzt über 500. Hast du dir das Beste zum Schluss aufgehoben? Ein bisschen schwitzen? Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ja. Hä? Es ist ganz schön viel Scheiße drin, ja. Also die Kiste. 4 GB RAM. 4 GB RAM. Das Ding kann gar nichts, ne? Da kannst du nicht drauf zocken, ne? Da kannst du höchstens im Word was schreiben wahrscheinlich. Ich kenne diese Firma auch nicht. Was ist ein P-A-A-Ku? Windows XP drauf. Ne, Windows 10 steht hier. Da unten steht Windows 10. Win 95. Also ich sag euch eins, ne? Macht das nie. Macht das niemals, wenn euch das Geld lieb ist. Ich hab irgendwie andere Sachen erwartet, ne? Vor allen Dingen, man kriegt so viele Sachen, die man gar nicht benutzen kann, ne? Aber ist das wirklich so? Jetzt muss ich mal selber hier gucken. Ja, jetzt gleich. Kannst gleich hierbleiben. Kannst den Karton mal... Kannst den Karton mal wegpacken? Hä? Mein Einkaufszettel. Ich kenne diese Firma halt nicht, Mann, ne? Das Notebook kostet 250 Euro. Also nix mit 3 bis 450. Oder 500. Achso, Jodler meinte auf alles bezogen. Das kostet 250. Ne, hier ist es noch günstiger. 199. Woanders gibt's das für 199. Es ist so. Summe der Originalpreise. 1023. Aber nicht im derzeitigen Verkauf. Das waren die UVPs. Und das haben die mich in die Auktion mit reingeschrieben. Die haben die UVPs als 1000 Euro genommen. Ja, das war mir schon klar, dass sowas drin sein wird. Aber trotzdem. Wenn das zu und vertick ist, dann bekommst du deine 500 zurück. 500 wirst du dafür leider nicht rausbekommen, wenn du es online vertickst. Das war ein Versuch wert, ne? Wir machen jetzt noch die zweite Kiste raus. Wie könntest du dir denn vielleicht mal vorholen, Maus? Achso. Bin ich vorholen? Oh, ich bin am Kürzen, ne? Richtig am Stück. Ein Messer darfst du mir gerade nicht in die Hand geben. Es gab schon Leute, ohne Witz. Guckt euch die Videos auf YouTube an. Es gab schon Leute, die haben iPhones und so ein Krams rausgezogen. Wo es sich richtig gelohnt hat. Das hat sich nicht gelohnt hier. Das sag ich euch. Das hat sich nicht gelohnt. Ne. Ja, und das dachte ich auch, dass da vielleicht ein paar Sachen drin sind, die man noch gebrauen kann, ne? Aber ich kann davon einfach gar nichts drin. Das sag ich jetzt nicht hier im Stream, Sandbox. Okay. Wir machen die 150 Euro Box jetzt noch auf. Scheiß drauf, ey. Ich wollte das eigentlich mit einem anderen Stream machen. Wir machen die 150 Euro Box jetzt auf. Saturn. Ja, Saturn kann man sagen. Aber ich sag nicht, welcher Saturn das war. Das sind nur vier Sachen. Das sind nur vier Sachen für 150 Euro. Okay. Soll angeblich doppelt wert sein. 2x64 Gigabyte USB-Sticks. 5 Euro. Eine 2 Terabyte Festplatte. Alter, was ist denn mit der Kamera hier los? So. 2 Terabyte externe Festplatte. Das kann man wenigstens benutzen. Da hast du recht. Das kannst... Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kennt das jemand von euch. Sony Link Buds. Also sowas wie Apple Airpods. Sowas wie Apple Airpods. Sind die gut? Keine Ahnung. Okay. Das letzte schon. Vier Sachen sind da drin. Das Highlight ist... Ein CD-Radio. Ein CD-Radio. Das sind Kopfhörer. 120 Euro. Okay. Ein scheiß CD-Radio. Wenn wenigstens ein Kassetten-Deck nicht noch drin wäre. Ich höre ab und zu Kassetten, ne? Eine CD-Boombox. Die Festplatte kostet den Hunni. Dann ist das aber eine gute Kiste gewesen. Hä? Hä? 80. Jetzt hast du ja die CDs zum Brennen. Bild raus, wenn du es losbekommst. Ja, komm ey. 2 Terabyte für ein Hunni-Frage-Zeit. Bei Amazon steht 100. Was war das Zeugste? Die Kopfteile, ja. 120, sagt der Dings. Link-Buds. Schau mir vor wie in so einer Verkaufschau, ey. 2 Terabyte. 2. Oder? 2 Terabyte, ja. Aber das kann ich wenigstens gebrauchen. Also ich werde auf jeden Fall die Festplatte behalten. Die Sticks behalten. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Und das Kassett-CD-Radio überlege ich nochmal. Ob ich ab und zu tatsächlich CD höre. Ich wollte mir so einen kaufen, aber mit Kassettendeck. Wollte mir so einen kaufen mit Kassettendeck. Aber insgesamt war das schon ganz schön. Mach ich nie wieder. Mach ich nie wieder. Ich hab gelernt. Home Shopping Northland. Falls jemand das ein oder andere braucht, meldet er sich gerne bei mir. Immerhin keine Hüllen und Batterien. Stimmt. So ne 99-Cent-Artikel wie den anderen. Die andere Buchs war ja teilweise wirklich bodenlos, ne? Aber die Maus find ich cool. Ich wollt eh ne neue kaufen. Wenn die gut ist, ich muss nochmal die Bewertungen lesen. Also wenn die gut ist hier, dann werd ich die auch behalten. Weil ich hab auch ne Logitech. Ich hab ne Logitech G502 Hero. Aber die ist, glaub ich, besser. Lieber in Final Countdown stecken. So sieht's aus. Alter. Tschüss. Danke du Glücksfee. Da ist auch nix für dich dabei, oder? Scheiße. Wenn es wenigstens CDs noch dabei gewesen wären, ein bisschen zum Musikhören oder so. Irgendwie so ein Kram, Frumms. Die ist echt gut. Okay. Zwar nicht für Lepi. Letzte Preis. So warte mal, wie spät haben wir es? 17. Das ging jetzt aber richtig schnell, ne? Das ging jetzt aber richtig schnell, das Öffnen, ne? Scheiße. Wir machen das nächste Giveaway auf. Das nächste Giveaway ist offen. Ausrufezeichen Ticket Max für den nächsten Glücksraddreh. Sechs Stück machen wir heute, hab ich gestern versprochen. Das letzte Preis haben wir auch. Das Geile ist, dass Logitech hier noch schön Battlefield bewirbt. Was ja richtig gefloppt ist. Oh Gott, war das ne... War das... Also, die eine Kiste geht noch, aber die andere, die war ja absolut das... Ey, ich bin gebrochen, ey. Xiaobankim. Okay. Das ist ja geil, Mensch.